Und willkommen zurück und wie versprochen gehe ich jetzt mal auf das Lade-Pad hier drauf. Ist heute die neue Edition! Hoi! Boah! Boah, ist das krass! Ja, wie schnell man da voll ist! Ja, ne? Also man ist sofort voll! Scheint, dass es sowas nicht für Partys gibt. Gehst du drauf? Hi, Wüppchen! Das war alles in halb von drei Sekunden. Und dann kommt direkt der Taxi angefahren, ne? Ja! Ja, cool! Hä? Taxi für Jonas Wagner? An der Pizza war das, ne? Hä? Kompressor? Copperplate? Boah, war das eine alte Werbung, Alter! Ich schwör lan! Don't! Ah ja, und ihr könnt natürlich immer noch in die Kommentare schreiben, wen ihr gerne mal fest für ein Together haben wollt. Ja. Wenn man jemanden mal angenommen, man würde jemanden dazu holen. Vielleicht auch jemanden, den man kennt. Oder? Ja! Vielleicht! Also, wäre auf jeden Fall mal interessant. Boah, die Playbending Machine kann man nicht aufmutzen, Peter. Das geht nicht. Nicht? Nee! Hast du ja Mühe gegeben. Ja! Definitely! Nicht so viel Englisch? Nee? Okay. Definitiv dann eben. Ha! Dann hast du verstanden, ne? Ja! Nee, auch nicht. Was? Wer? Wo? Scheiße, Mann! Diffi, wo? Ja! So, jetzt ist zum Beispiel ein Kompressor stehen geblieben. Ich weiß nicht, aus welchem Grund. Wo wollt ihr den hinfahren, so? Der ist auch stehen geblieben. Verstehe ich jetzt nicht. So, warte mal. Jetzt baue ich mir mal richtig... Ich baue mir jetzt richtig geilen Stuff. Ja? Watt denn? Richtig geilen Stuff baue ich mir jetzt! Ja, dann baue dir doch richtig geilen Stuff! Oh, fuck! Dann soll man auch mal anfangen, die richtig geilen Stuff zu bauen, ne? Ich habe jetzt erst mal die Betten hier weggemacht. Mein Inventar ist jetzt voll mit Betten. Ich verstehe das nicht. In den Kompressor. Ich habe gerade Copperplate reingetan und habe dann Dens Copperplate bekommen, ne? Ja, Dens ist dann eine Copperplate, okay. Wenn ich jetzt reintue, dann geht es nicht mehr. Ich habe nichts geändert. Das glaube ich wegen der Akustik manchmal. Lord, man kann ja nicht biegen, ne? Wenn das nicht so... Ja. Aber doch, jetzt fängt es an. Awesome. So, ich habe mal eben den Helligkeits-Mod hier aktiviert und ich glaube, es ist komplett ausgeleuchtet, mein Raum. Erste Mal seit langem. Ach, bei mir ist hier gar nichts ausgeleuchtet. Bei mir können die überall spawnen, also. Ja, das hatte ich ja in meinem Single-LP, wie lange das gedauert hat, bis da mal... Und ich habe überall Fließbänder, die sofort rüber zu dir kamen, sobald die alles spawnen. Ah ja, Fließbänder, auch gut. So, warte, das Lahnepad war ja schon mal eine richtig gute Idee. Brauchen wir hier auf jeden Fall mal Glas. Sollen wir mal schlafen, ne Runde? Ich habe kein Bett hier. Äh, wir sind im Terminal. Wir sind doch... Sind wir nicht eh hier drin nur? Ja, aber dann... Das rauscht so leicht. Okay. Also, ich liege schon. Warte. Ja, warte, warte, warte. Ich liege. Ja, ich fliege. Warte. Liegst du da unten? Oh, ne. Aua. Ich bin ins Wasser gefallen, hörst du das? Achso, du legst die unter die Brücke wieder? Ja, ja, ich lege mich wieder unter die Brücke. Ich muss mal hier so ein Bett klauen. Ein Sperrmüllbett mitnehmen. War. Mir lecker gebraucht, Matratze, geil. Mit Maden drin, so. Ach, Quatsch. Die sind immer neu, die Matratzen, die am Sperrmüll stehen. Ich weiß ja nur nicht, warum ich hier zwei Batterien in der Ecke habe. Zwei Steckdosen. Aber egal, wer weiß, wer ich da mal anschließen will. So, meine Herren. Wupp. Meine Herren, meine Herren. Wie hoch man aber auch einfach fliegt. Mit dem Schuss da aus dem Handschuh. Weg. Super krass. Ach, ne, ich brauche drei davon. WTF. Marble Post. Haben wir eine Handschuh? Eine Handschuh? Ja, haben wir. Ich glaube, ja. Ja, haben wir eine? Geil. Marble. Marble, Marble. It's the cow of the sea. Sable. Rider. Das klappt immer wieder. Das ist aber auch geil einfach. Hast du auch nochmal geguckt früher? Ja. Ah, sehr gut. And the star sheriffs. Lol, jetzt hat der aus acht. Ach so, der braucht dafür. Lol, 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 lol. Häftig. Was denn, Junge? Man braucht acht Kupferplatten für eine Dan's Copper Plate. Jetzt weiß ich auch, warum der vorher nichts gemacht hat. Ach so. Ja. Eine für Dennis seine Kupers Plate. Genau. Für die Kupferpläte. Boah, voll die geilen Klötze kann man hier machen, ey. Das ist, oh, fuck. Okay. Der gradet seine Klötze ab. Ich glaube, ich baue jetzt mal richtig coolen Stuff wieder. Ja? Warte. Das weiß ich schon noch nicht, aber es wird geil. So, warte mal. So, ich brauche jetzt ein Advanced Circuit. Den kannst du ja bauen lassen, wenn der nicht drin ist. Richtig geiler Stuff. Nee, 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 hab ich etwa richtig geiler Stuff. Konntest immer. Jetzt hat der neue Catchphrase. Nee, aber ab jetzt. Nein. Okay, okay. Generator. So, Kollege Bratwurst. What, Kollege? Kollege Bratwurst. So, weil ich werde jetzt nämlich einen Nuklearreaktor bauen. Peter. Say what? Wofür das? Haben wir nicht genug Strom? Nein, wir brauchen mehr Strom. Okay. Genauso wie Iran mehr Strom braucht. Genau. Ja, ich verstehe dich schon. Okay. Ich habe den Nuklearreaktor, Peter. Peter. Ich habe ihn. What the fuck? Was machen wir denn damit? Keine Ahnung. Mach was tolles Schönen. Also, ich stelle den erstmal hin. Hoffentlich erst bin ich ja nicht sofort. Genau. Aber ich weiß auch gar nicht, was da alles rein muss. Weil da muss nämlich noch hier dieses Reaktor Heat Exchanger. Reaktor Heat Vent. What the fuck? Containment Reaktor Plating gibt es noch. Ja. Also, ich baue das einfach mal da rein, ne? Wir gucken. Wir werden es erleben, ob mir alles um die Ohren fliegt gleich. Dann bau den mal lieber ins Dorf da hinten. Ja, der Exhibitor gar nicht so groß. Nicht so groß. Ich bin der Segenmann. So, das ist doch mal richtig schön. So, was haben wir denn hier? Ja, lol. Man kann auch Glas Blöcke bauen, ey. Krass. Boah, Gott, ey. Aber der ist doch da viel kleiner. Boah, wie geil. Das sieht dann aus wie in so einem Labor gleich. Aber ich muss noch Reaktorkammern bauen, glaube ich. Oh, oh, oh. Puh, ey. Das nimmt kein gutes Ende. Ich sehe das jetzt schon kommen. Ich glaube auch nicht. Das haben wahrscheinlich damals die Europäer auch gedacht, als sie gesagt haben, hör mal, die Ukraine baut einen Reaktor. Haben die bestimmt auch gedacht, oh, 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 oh. Oh. Genau. Ah, und am Ende, habe ich doch gesagt. Ja, am Ende kann man dann immer sagen. Wie der Klaus. Ja, macht der das? Ja, der schießt einfach mal ins Blaue mit seinen Tipps früher bei der Diagnose. Ja. Einfach mal irgendwas gesagt. Und wenn dann das auch wirklich war, zufällig, dann siehste, habe ich doch gesagt. Ja. So was. Ja, okay. So was war das. Jetzt habe ich vergessen, was ich wollte. Genau, ich wollte eine Lampe. Lamp. 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 Inverted White Lamp. Also du machst wieder alles sexy, ne? Nein, dat ist sexy Ladepad. Okay. Also ich muss sagen, das sieht schon richtig geil aus. Vor allen Dingen, was man hiermit machen kann, ne? Dat ist ohne Scheiß. Kannst du da dein Jetpack so draufwerfen? Ohne Scheiß. Okay, geil. Kannst du da dein Jetpack draufwerfen, Peter, einfach? Genau, einfach nur draufwerfen. Jetzt habe ich die Hands auch vergessen. Wir nennen das hier einfach Sophia. Lol. Weil ich immer nur mit der Säge arbeite. Dö, 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 dö. So, gleich habe ich es hier. Gleich habe ich noch ein paar Nuklear-Reaktorkammern. Er zerschneidet die Säge. Die Blöcke jetzt. Auf jeden Fall habe ich schon mal fünf. What the fuck? WTF? WTF? Hä? Ach so, mal den Nuklear-Reaktor-Chamer kann ich nur so... Warum galt's da nicht noch so eine pulsierende Lampe? So eine pulsierende Fleischbeiz. Boah, Alter. Weißt du, was da alles rein muss, Peter, ey? Boah, das wird richtig schlimm. Das wird noch richtig schlimm. Ich hoffe, es lohnt sich. Das ist wahrscheinlich, ich mach gleich ein Kabel dran, dann BAM! Insta-Todd, so. Dann huuuh. Hä? Den Nuklear-Reaktor kann ich hier nicht mehr abbauen, wenn ich den mal platziert habe, oder what? Das wäre aber ärgerlich, oder? Das wäre very shitty. Hä? Ja, lol. Watt hin. Ich baue hier oben und unten was und versetze da wohl um einen Block. Und merkt das nicht. Jetzt könnt ihr dann nochmal wieder alles abbauen, ey. Ich glaube es doch nicht. Never overheats. Never overheats. Das ist doch gut hier. Ich weiß auch nicht, was die da alles haben. Weil die haben so viel Kram, ne, Peter? Ich merke schon, du bist ganz schön unwissend. Ich will den da jetzt auch nicht abbauen. Oder kann ich das nur mit einer anderen Ranch machen? Electric Ranch, du unwissener Fratz. Ja, wir haben keine. Kannst du mal eine machen? Dann bau die doch eben. Ja, bau doch mal. Bau die doch mal eben fertig. Ah, okay. Mit dem normalen Ranch konnte man es abernten. Aber ernten. Ja, aber ernten. Die Nuklearreaktorernte ist dürftig ausgefallen dieses Jahr. Genau. Hä, wie haben die das denn hier? Ich check das nicht so ganz. Ist das jetzt die Mitte, Alter? Was? Ja, weil ich hier baue, Alter, Alter, Alter. Dö, 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 dö. Hä? What? What? Nuklearreaktor. Hä? What the fuck? Das alles brauche ich, Alter. Heftig. Hä? Das ist so krank, Peter. Das ist so krank, Peter. Kranker Shitman. Oh ja. Geil wäre, wenn du zu lange auf dem Pad stehen würdest, müsste es ja explodieren. Das wäre cool. Loh. Verglüße einfach so. Und alle deine Sachen. Boah. So, ist das schon mal sexy. Sexy Motherfucker. So, gucken wir mal so aus Spaß, was wir so brauchen. Also wir brauchen definitiv dieses... Hä? Haben wir hier gar nicht? Hm. Das ist aber merkwürdig jetzt. So. Containment Reactor Plating. Hier heißt das Integrated Reactor Plating. Ach warte, hier oben habe ich noch die Cover dran. Ich glaube, das ist sexier. Weißt du, ich habe gerade nach Nuklear Reactor Setup einfach gesucht. so bei Google. Jetzt denken auch welche so. Aha. Warum sucht er da nach? Jetzt denkt die CIA so, warte mal. Dann schellen die gleich hier und sage, ich gucke uns nochmal auf ihren Laptop und auf die nächste Seite, die ich aufgerufen habe. Und dann, ah, Minecraft. Okay. Ah, Minecraft. Sorry. Warten Sie, ich zeige Ihnen das. Genau. Really? Okay. Wie haben die das denn hier gebaut, ey? So ist irgendwie scheiße. Nuklear Reactor. Reactor. Sexy Rihanna. Wuh. Okay. Puh, ey. Okay, das Lade-Ding sieht jetzt richtig sexy aus. War auch sehr viel gefummelt, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Aber ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.